Der Mensch ist ein faszinierendes Wesen, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was in ihm noch alles schlummert und welche Fähigkeiten warten, in ihm noch entdeckt zu werden. Dabei ist es kaum abhängig davon, wie weit wir den Menschen in seiner Entwicklung wähnen. Viel wichtiger ist zu wissen, dass er ein Wesen ist, der im Grunde genommen noch gar nicht so vieles in sich entwickelt hat, als man gerne annimmt, dass es sei. Die Wissenschaft heute geht davon aus, dass der Mensch ungefähr 10% seines Potenzials entwickelt hat. Müsstiger sagen, es wäre noch etwas weniger. Was aber eben bedeutet, wie viel es noch in ihm schlummert und zu entdecken ist, was vor allen Dingen dadurch zum Ausdruck kommt, dass man den Menschen anregt, noch mehr schöpferisch und kreativ tätig zu sein. Eine der größten Fähigkeiten dabei, was schöpferische und kreative Fähigkeiten anbelangt, ist die Fähigkeit der Visualisation. Visualisation ist eine der größten Eigenschaften, die dem Menschen vorbehalten sind und die er benutzen kann, um sein Leben für die Zukunft sinnvoll auszurichten. Dabei spricht man von zwei Möglichkeiten, was Erzeugung von Bildern im Menschen anbelangt. Das eine die Visualisation, wie sie schon genannt worden ist, und zum anderen die Imagination. Beides ist von der Bedeutung vom Wort her sehr ähnlich, wobei aber vor allen Dingen in der Mystik und hier vor allem in der rosenkreuzerischen Mystik diese beiden Begriffe sehr voneinander unterschieden werden. Imagination wird eher damit verbunden, was den Menschen an inneren Bildern hervorkommt, was er in sich trägt und die letztendlich seine Innenwelt ausmachen und den Charakter seines Unterbewusstseins oder wie die rosen Kreuze sagen, seines inneren Selbstes freigeben. Visualisation allerdings ist die Fähigkeit, selbst Bilder zu erzeugen und so seine Innenwelt damit zu bereichern und helfen, sie auszurichten für ein schöpferisches und kreatives Sein. Der Mensch, so heißt es in den mystischen Überlieferungen, sei das Wesen, das vor allen Dingen diese Visualisation am stärksten beherrschen kann. Das Erzeugen von Bildern und damit letztendlich seinem inneren Selbst oder seinem Unterbewusstsein anheim geben, wie eben die Zukunft gestaltet sein soll. Hier kommt allerdings eine ganz wichtige zusätzliche Fähigkeit noch mit hinzu, die der Visualisation vorausgehen sollte. Dies ist die Fähigkeit der Intuition. Das heißt also, das Achten auf die innere Stimme seiner Seele, die letztendlich ihm hilft, seine Zukunft so zu gestalten, wie sie tatsächlich zu ihm gehört. Und wenn der Mensch gelernt hat, seine Intuition zu pflegen und auf sein Inneres zu achten und zu hören, was letztendlich von dort für die Zukunft ihm hilft, sich in der richtigen Weise auszurichten, dann ist es eine wunderbare Vorbereitung für eine erfolgreiche Visualisation. Das heißt Visualisation, Bilder im Geistigen hervorzubringen, zu erzeugen und damit, indem man sie an sein Inneres weitergibt, dazu beizutragen, bewusst die Zukunft zu gestalten. Alle Größen, Geistesgrößen dieser Welt, der Vergangenheit, auch der Gegenwart, benutzen diese Visualisation und richten damit ihr Leben oder ihre Vorhaben für die Zukunft aus. Visualisation, die Fähigkeit, Bilder hervorzubringen und diese dem Inneren anheim geben, damit sich diese Welt gestalten lässt. Warum ist dies überhaupt möglich? Diese Frage mag gerne, wenn man sich damit befasst, auftauchen. Der Hauptgrund, warum dies möglich ist, liegt darin, wenn die Mystiker sagen, dass diese Welt eine Illusion sei. Man ist nicht imstande, die Welt so zu betrachten, solange man sich in dieser Welt befindet, wie sie wirklich ist, sondern eben genau so, wie es dem eigenen Entwicklungsstand entspricht. So kann der Mensch aber eben auch erkennen und wahrnehmen, dass diese Visualisation, das heißt also über diese Welt, über diese Schöpfung, das heißt also die Vorstellung, wie diese Welt beschaffen ist, für die eigene Entwicklung und für die eigene Kreativität benutzt werden kann, als eine besondere Übung, die einem hilft, sein Inneres und seine Persönlichkeit danach auszurichten. Für die Rosenkreuzer ist es wichtig zu unterscheiden, dass der Mensch ein duales Wesen ist, dass er ein Äußeres und ein Inneres hat. Das Äußere nennt er die Individualität, das heißt also die äußere Wirkungsweise, so wie das Erscheinungsbild des Menschen in dieser Welt im Allgemeinen ist. Seine wahre Persönlichkeit aber liegt in seinem Inneren begründet, das heißt also das, was man als Unterbewusstsein kennt oder Inneres Selbst, wie die Rosenkreuzer sagen, und was damit verbunden ist, vor allen Dingen auch, was man als Seele bezeichnet und dem Zugang zur kosmischen und göttlichen Welt. Hier, so heißt es, liegt die wahre Persönlichkeit des Menschen begründet und sie ist wesentlich umfassender und großartiger, als es nur das äußere Erscheinungsbild, was er als Individualität bezeichnet ist. Dies ist von Bedeutung, wenn man versucht herauszufinden, wie denn diese Visualisation funktionieren könnte. Bei der Visualisation also gibt der äußere Mensch, als Individualität bezeichnet, ein Bild an seine Persönlichkeit, an sein Inneres, an sein sogenanntes Inneres Selbst weiter und das Innere Selbst wird ihm helfen, dass dieses äußere Vorhaben, was er durch das Bild nach innen abgibt, sich verwirklichen kann. Wollen wir eine solche Visualisation einmal durchführen? Das heißt also, geistig ein Bild hervorzubringen und dieses an das Innere weiterzugeben, damit es sich denn verwirklichen kann. Rosenkreuzer agieren normalerweise nach dem Gesetz des Dreiecks. Das heißt, sie gehen so vor, dass alles im Sinne der Dualität seine zwei Seiten hat und dann letztendlich, wenn dieses in der richtigen Weise miteinander harmoniert, sich eine vollendete Manifestation ergibt. Dies gilt auch für die Visualisation. Zuerst ist es notwendig, dass man eine Vorstellung hat und dieses Bild dann sozusagen entwickelt und nach innen abgibt. Das Zweite ist dann im Grunde genommen, dass man lernt, darauf zu achten, wenn denn diese Visualisation sich im eigenen Umfeld verwirklicht, die entsprechenden Aspekte zu erkennen und für die weitere Entwicklung einzubinden. So ist also auch die Visualisation eine erste Stufe, der dann eine zweite Stufe folgen soll. Das bedeutet, darauf zu achten, wie die Aspekte in der eigenen Mitwelt erscheinen und man diese aufgreifen kann, damit sie sich verwirklichen können. Das heißt also, wenn wir eine Visualisation beginnen, ist es notwendig, zuerst einmal darüber nachzudenken, welches Bild man überhaupt visualisieren soll und vor allen Dingen, ob dieses Bild, das man gerne visualisieren möchte, zu einem dann denn auch gehört. Eine ganz typische Übung wäre zum Beispiel, sich zu überlegen, was man glaubt, was für die eigene Entwicklung notwendig sei, dass man aber eben noch entbehrt. So ist es gut, sich zu setzen und darüber nachzudenken und versuchen, kontemplativ in sich hineinzuhorchen, indem man sich eine Frage hineingibt, was ist es, was ich für meine weitere Entwicklung vermisse. Automatisch, wenn wir gelernt haben, mit der Intuition in der richtigen Weise umzugehen, werden von innen gewisse Gedanken auftauchen und vielleicht auch Bilder, die mir helfen, mir klar zu werden, was es denn sein könnte. Das sollte man im Vorfeld auf jeden Fall tun, denn dadurch beginnt man, sein Inneres mit dem, was man vorhat, zu identifizieren und es beginnt damit schon im Vorfeld vertraut zu werden. Es ist dieses Vertrautwerden, das sehr, sehr hilft, damit eine Visualisation sich auch verwirklichen kann. Wenn denn tatsächlich dann, wenn ich diese Frage in mich hineingebe und ich auf meine intuitiven Antworten achte, dann tatsächlich eine Vertrautheit mit dem Inneren, ein Bild aus dem Inneren beziehungsweise Gedanken aus dem Inneren hervorkommen, dann habe ich eine wunderbare Vorbereitung für die notwendige, dann nachfolgende Visualisation geschaffen. Dann sollte ich daran gehen, dieses Bild auf meinem geistigen Bildschirm in der richtigen Weise zu entwickeln. Nehmen wir einfach einen Gegenstand, den man in seinem gegenwärtigen Leben entbehrt und von dem man aber weiß, dass dieser für die Zukunft notwendig ist. Natürlich muss man seriös darüber nachdenken. Das heißt also, sich nicht einfach irgendetwas vorstellen, von dem man genau weiß, das gehört nicht zu mir oder hier habe ich überzogen, denn dies sind Dinge, die man eigentlich nicht wirklich braucht. Das ist sehr wichtig, denn das Innere Selbst, so heißt es in der Mystik, weiß im Grunde genommen genau, was der Mensch braucht. Aber der äußere Mensch hat es noch nicht erkannt. Wenn er es dann erkannt hat und dann eben das entsprechende Bild sich in seinem Äußeren entwickelt, kann man davon ausgehen, dass es geradezu ein leichtes ist, damit diese Dinge sich verwirklichen können. Was also ist Ihre Vorstellung von einem Gegenstand, von dem Sie glauben, dass dieser für Ihre weitere Entwicklung oder eben für das alltägliche Leben, für die Bedürfnisse des alltäglichen Lebens notwendig ist, was Sie noch entbehren? Nehmen wir zum Beispiel ein Auto, das man braucht, um beruflich seinen Aufgaben nachzukommen. Ein solches Auto kann man sich visualisieren. Man kann es sich vorstellen, kann es richtig Plastik vor seinem geistigen Bildschirm erscheinen lassen und kann es dann an das Innere abgeben und dort dann darum bitten, dass sich das verwirklichen möge. Dann taucht natürlich die Frage auf, welches Auto gehört zu mir? Das Äußere mag vielleicht sehr schnell sich die Frage beantworten, natürlich muss es ein großes Auto sein, es muss vielleicht sogar ein luxuriöses Auto sein oder wie auch immer. Das Innere selbst aber weiß im Grunde genommen eigentlich genau, was zum Menschen gehört und wird dann letztendlich am leichtesten das annehmen und versuchen zu verwirklichen, was tatsächlich zu dieser Persönlichkeit dann eben auch gehört. Das heißt also zu mir selbst sozusagen. Das ist notwendig, dass man sieht in seinen Bildern, je mehr man identisch ist in dem, was man sich vorstellt, mit seinem Inneren, umso mehr wird das Innere mir helfen, die entsprechenden Dinge zu verwirklichen. Stellen wir uns also einfach einen Gegenstand vor, von dem wir glauben, dass dieser für uns notwendig ist, für die Gegenwart oder eben auch für die weitere Zukunft. Am besten, wir sitzen dabei ganz entspannt und lassen einfach in unserer Vorstellung dieses Bild langsam entwickeln. Wir schließen die Augen, wir achten auf unseren geistigen Bildschirm, das heißt also, so etwas, was wir uns geistig als einen Bildschirm vorstellen können. Manche stellen sich dabei richtig einen Monitor vor oder eben, wie das früher gerne gemacht wurde, eine Tafel, auf der sich dann richtig dieses Bild entwickeln lässt. Man stelle sich vor, als würde man genau zeichnen oder malen, bis dieses Bild dann auf dem geistigen Bildschirm erscheint. Dies mag einige Minuten in Anspruch nehmen. Nach einigen Minuten, wenn tatsächlich dieses Bild auf dem geistigen Bildschirm entstanden ist, kommt ein weiterer wichtiger Aspekt hinzu. Es sollte vor allen Dingen von innen heraus belebt werden. Mit meinem Gefühl, mit meinem aufrichtigen Wunsch und mit meiner aufrichtigen Bitte, dass ich dieses Verwirklichen möge, da es für die Zukunft für mich notwendig sein wird. Als dann entlässt man dieses Bild dann in den kosmischen Raum, wie es heißt, in den geistigen Raum und lässt es richtig los, so als ob man es richtig von sich weggeben würde. Dies ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn würde man es nicht tun und würde dies in seinem Geist festhalten, könnte es sich nicht verwirklichen. Dies ist ein geistiges Gesetz und vielleicht werden Sie feststellen, dass dies auch für das allgemeine Leben gilt. Die Fähigkeit des Loslassens muss oftmals von vielen Menschen erlernt werden. Die Fähigkeit, dass man Dinge erst aufgeben muss, damit sie zurückkehren können und sich dann verwirklichen können, ist ein wichtiges Prinzip für jede kreative und schöpferische Art tätig zu sein. Dies gilt vor allen Dingen auch für die Fähigkeit der Visualisation, der richtigen Visualisation vor allen Dingen. Dann, wenn man dieses Bild losgelassen hat, man hat es zuvor belebt, das heißt also mit seinem Gefühl, verbunden mit der festen Überzeugung, dass man dies wirklich wolle und dann abgegeben, so sollte man dann eben es auch so sein lassen und nicht mehr weiter daran denken. Man geht seinen Alltagsbeschäftigungen wieder nach und bleibt aber doch in der Erwartung beziehungsweise in der Einstellung darauf zu achten, wie diese Dinge, weswegen ich ein Bild eben abgegeben habe in den kosmischen Raum, sich dann um mich herum zu verwirklichen beginnen. So wollen wir also daran gehen, eine solche Übung durchzuführen. Zuerst sollte man dafür sorgen, dass man ungestört ist und so diese Übung nicht von Außengeräuschen zu sehr beeinflusst wird. Dann setzt man sich auf einen Stuhl nieder, die Füße auseinander, die Handflächen nach unten auf die Oberschenkel gelegt und der Rücken an der Lehne. Dies ist für den Körper und für diese Übung die vorteilhafteste Haltung. Dann konzentriert man sich auf seinen Atem, auf das Einatmen und das Ausatmen und macht sich bewusst, wie man durch das Einatmen über die Lungen jede Zelle des Körpers erreichen kann. Und durch das Ausatmen man verbraucht es von sich gibt zur Erneuerung. Dann geht man mit seinen Gedanken durch den Körper hindurch, indem man sich konzentriert von den Fußsohlen bis hinauf zu den Haarspitzen und so eine Wanderung durch den Körper unternimmt. In ruhigem, regelmäßigem Atmen wandert man mittels seiner Konzentration von den Fußsohlen bis zu den Haarspitzen im Zeitraum von etwa drei Minuten. Donner Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn dieses Bild dann auf Ihrem geistigen Bildschirm sich verwirklicht hat, dann sollten Sie es beleben, mit Ihren Gefühlen, Ihrer Empfindung und dem festen Wunsch, dass sich dies verwirklichen möge. Dies wird die Verbundenheit zu dem Bild stärken, das Sie soeben visualisieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn sich dieses Bild dann verwirklicht hat, Sie es verbunden haben mit Ihren Gefühlen und Ihren Empfindungen, dann geben Sie es ab in den kosmischen Raum. Richtig von sich geben ist ganz wichtig, dass sich dieses Bild verwirklichen kann. Lassen Sie es richtig los, voller Vertrauen, dass es dort angenommen werden wird. Wenn dieses Bild dann von Ihrem geistigen Bildschirm langsam sich gelöst hat und Sie davon wieder frei geworden sind, öffnen Sie Ihre Augen langsam wieder und kehren Ihren Alltagsbeschäftigungen wieder nach. Jedes schöpferische Tätigsein, jede Kreativität geschieht zuerst mit der richtigen Visualisation. So wie die Übung die Visualisation zeigt und wie sich dies dann eben auch im kosmischen Raum verwirklicht, genauso ist dies auch mit dem ganzen Leben. Je mehr der Mensch fähig wird, sich sein Leben, seine Zukunft vorzustellen und darüber hinaus ganz bewusst in seinem Inneren lebendig werden zu lassen, umso mehr setzt er die Voraussetzungen, dass sie sich auch verwirklichen können. Eigentlich ist dies eines der großen Geheimnisse für ein vollendetes Leben. Alle Geistesgrößen hatten eine hohe Fähigkeit der Visualisation. Sie haben sie gepflegt und haben bewusst sie auch für ihre Vorhaben für die Zukunft verwandt. Für jeden Mensch ist es notwendig, dass er lernt, sich seine Zukunft vorzustellen. Denn es sind die Bilder, die das Unbewusste, aber auch das Innere Selbst aufnimmt, die sie am besten umsetzen kann und darüber hinaus in äußere Bilder verwandeln kann. Zuerst sind es die Gedanken und aus diesen Gedanken werden Bilder, das heißt Formen zuerst auf geistiger Ebene. Diese Formen, diese geistigen Bilder, je bewusster sie im Menschen vorhanden sind, umso mehr prägen sie seine Zukunft. Natürlich kommen wir dann, wenn wir darüber nachdenken, wie die Zukunft am besten gestaltet werden soll und dass es sich vor allen Dingen am besten über die Bilder manifestiert zur positiven und negativen Einstellung des Lebens. Was ist positive und negative Einstellung? Das heißt, dem Leben abträgliche Einstellungen und dem Leben zuträgliche Einstellungen. Positiv bedeutet vor allen Dingen, seine Gedanken und seine Bilder so auszurichten, dass sie aufbauend für die Zukunft sein können. Die kosmischen Gesetze und die geistigen Gesetze sind immer aufbauend tätig. Wenn der Mensch selbst aufbauend denkt und handelt, so hat er die kosmischen Gesetze für sich gewonnen. Sind seine Gedanken abträglich und auch seine Bilder dementsprechend, so handelt er im Grunde genommen gegen die kosmischen Gesetzmäßigkeiten. So wird er die kosmischen Gesetze nicht für sich gewinnen können. Wenn wir danach unser positives und negatives Denken ausrichten und wenn wir uns dies bewusst machen, dann ist es ein leichtes festzustellen, dass wir es sind, die das Leben durch die Gedanken und die Bilder für die Zukunft positiv gestalten sollen. Und dies meint immer kreativ und schöpferisch. Unsere Welt ist so, wie wir sind. Unsere Welt ist aber nicht einfach so, wie wir sind, sondern vor allen Dingen so, wie wir möchten, dass sie sein sollen. Das heißt, der Mensch hat großes Potenzial daran, wie die Welt der Zukunft aussehen soll. Dies gilt für die ganze Menschheit genauso wie für jeden einzelnen Menschen selbst. Lässt er es nicht zu, dass seine Gedanken destruktiv und dementsprechend auch seine Bilder so sind, so hat er die besten Voraussetzungen für ein bejahendes, schöpferisches, erfüllendes Leben geschaffen. Dies müssen wir manchmal lernen. Vor allen Dingen, weil wir oft gar nicht in unserem Bewusstsein tragen, wie unsere inneren Gedanken und Bilder aussehen. Oftmals bedarf es eines richtigen Trainings darauf zu achten, dass wir aufbauend denken und auch handeln. Und zwischen den Gedanken und dem Handeln sind unsere Bilder. Dieses sollten wir lernen zu beachten, wenn wir unser Leben für die Zukunft ausrichten. So wie wir heute denken und wie heute unsere Bilder sind, so wird die Zukunft sein. Sind sie aufbauend gemäß den kosmischen Gesetzen, dann werden wir die besten Kräfte für uns haben, die bereitwillig uns helfen wollen, unsere Zukunft zu gestalten und unser Leben zu meistern. Das Geld wird mit dem Gedanken in Erlauchstに越os. Das Geld wird mit dem Gedanken, wenn sie am Anfang aussehen. Ja, ich bin alle Zeit, der die Welt sind glücklich. Ich war mir und lernte Erleuchtig. Ich habe mir eine Skelle bekommen, Ich bin auch immer einig. Ich bin alle Zeit der Leistung in Erleuchtung. Ich bin alle Zeit. Ich bin alle Zeit im Erleuchtungsgericht. Ich bin alle Zeit. Ich bin alle Zeit, ich bin alle Zeit, Und alle Zeit der Zeit, ich bin alle Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So wie die Visualisation für den Menschen von großer Bedeutung ist, um sich seine Zukunft schöpferisch und kreativ zu gestalten, so gilt dies nicht nur für jedes einzelne Vorhaben, das man verwirklicht haben möchte, sondern auch für die Gestaltung eines ganzen Tages. Die Rosenkreuzer haben immer gesagt, so wie man sich den Tag vorstellt, morgens, so ist er denn auch. Dies muss nicht immer bedeuten, dass er genauso ablaufen wird, wie man dies gerne möchte. Wenn man aber sein eigenes Vorstellungsvermögen und seine Gedanken für den Tag eingebracht hat, kann man davon ausgehen, dass es immer mehr der eigene Tag werden wird. Das heißt also, je mehr wir uns mit dem Tag befassen, je mehr wir uns auf diesen einlassen, schon alleine dadurch, indem wir morgen uns gut vorbereiten, so richten wir unsere Gedanken und unsere Kräfte für diesen Tag aus. Und umso weniger Chancen haben schädliche Kräfte und Einflüsse, die uns für diesen Tag zur Gestaltung dieses Tages hindern wollen. Wenn man morgens erwacht, so sollte man zuerst einmal sich daran besinnen, wie denn die Träume dieser Nacht waren. Dies mag am Anfang etwas schwer fallen, je mehr man sich darin aber trainiert, umso leichter wird man Zugang zu seinen Träumen haben, das heißt also zu jenen inneren Bildern, die den Menschen im Grunde genommen auch tagsüber begleiten, denen er sich aber nicht bewusst ist. Wenn man Notizsachen bei sich hat und die Möglichkeit besteht, dass man sich notieren kann, was man denn in der Nacht geträumt hat und kontemplativ versucht herauszufinden, was denn die Bedeutung dieses Traumes gewesen sein könnte, so hat man schon die erste Stufe dafür gelegt, für die richtige Ausrichtung des Tages. Natürlich kann man nicht immer alles genau deuten. Je mehr einem dies möglich ist, umso mehr wird man sich selbst kennenlernen. Entscheidend aber ist vor allen Dingen, dass man sich mit seinen Träumen befasst und dadurch eben auch seine Empfindungen dafür bewusster auslegt. Denn je bewusster man sich dafür in seinen Gedanken und in seinen Empfindungen ausrichtet, auf die Träume der Nacht, so wird dies eine wunderbare Hilfe, eben auch seinen Tag zu gestalten. Dann sollte man sich bedanken für die Nacht. Man sollte sich bedanken für den Schutz. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass man die ganze Nacht über wohlbehütet und beschützt war. Und dann sollte man sich den Tag vorstellen, wie man meint, wie er beschaffen sein sollte. Dieses Vorstellungsvermögen, die auch eine kleine Visualisation bereits ist, wird einem sehr helfen, damit der Tag für einen selbst richtig ausgerichtet ist und man sich bewusst auf diesen Tag auch einlässt. Dies geschieht am besten dadurch, indem man sich vorstellt, was denn an notwendigen Dingen für diesen Tag vorgesehen ist und darüber hinaus aber, wie man gerne möchte, wie er beschaffen sein sollte. Je mehr man sich also auf diesen Tag einlässt mit seinen eigenen Gedanken und Bildern und vor allen Dingen darum bittet, dass dieser Tag so sein sollte, dass es tatsächlich der eigene Tag ist, umso mehr wird dieser Tag in positiver Weise auf einen zukommen. Wenn man das getan hat und dadurch dann dazu übergegangen ist, eventuell sein Bewusstsein zu harmonisieren, indem man durch seinen Körper hindurch geht, auf seinen Atem achtet, auf regelmäßiges Ein- und Ausatmen achtet und dann darüber hinaus bewusst auf seinem geistigen Bildschirm ein Bild hervorbringt, von dem er meint, wie dieser Tag beschaffen sein sollte. In der Regel hat man in seinem Inneren bereits ein Bild von diesem Tag. Dieses sollte man auf seinem geistigen Bildschirm verwirklichen. Es soll natürlich ein positives Bild sein, das heißt, ein Bild, das aufbauend und freudig vom Inneren Selbst angenommen werden kann. Viele haben es sich zur Gewohnheit gemacht, während der Mittagszeit innezuhalten, das, was am Vormittag geschehen ist, noch einmal durchzudenken, vor den geistigen Augen Revue passieren zu lassen sozusagen und sich auszurichten für den Nachmittag. Es ist interessant, dass Religionen im Allgemeinen auch von dieser Dreiteilung des Tages sprechen. Auch Sie haben diese Vorstellung, dass der Morgen bewusst begonnen sein sollte, dass man mittags innehalten sollte und sich auf den weiteren Tag rausrichtet und dann am Abend ebenso, bevor man zu Bett geht, noch einmal den Tag rückwärts passieren lässt und Innenschau hält, darüber nachdenkt, inwieweit man denn sich auf diesen Tag eingelassen hat. Hat man gute Gedanken, gute Bilder gepflegt für diesen Tag oder sollte man in Zukunft anders sich ausrichten, wenn denn die nächsten Tage dann weiter gestaltet werden sollten. Es ist ganz wichtig, dass man in der Nacht, bevor man zu Bett geht, seinen Tag noch einmal überdenkt und die Tradition sagt, die sollte rückwärts geschehen. Das heißt also, man beginnt mit dem Letzten und geht zurück, bis man zum Morgen des Tages kommt. Dann überprüft man. War das gut, wie ich mich auf den Tag eingelassen habe? Hätte man anders reagieren sollen oder nicht? Was hätte man vielleicht besser machen können? Dies alles aber sollte geschehen, ohne irgendeine Beurteilung, die für einen selbst beklemmend sein könnte? Denn es ist selbstverständlich, dass man nicht alles hervorragend über den Tag gemacht haben kann. Dann verabschiedet man diese Bilder, diese Gedanken und lässt sie richtig von sich wegziehen, sodass man frei und ohne Beeinflussung in den Schlaf hinübergehen kann. Man bittet den Gott seines Herzens um Segen, Führung und Schutz für die Nacht und geht dann in den Schlaf über. Dies, so wird man feststellen, wenn man in der Tat regelmäßig den Tag so gestaltet, wird große Auswirkungen auf die Entwicklung unserer Persönlichkeit im positiven, aufbauenden Sinne haben. Viergang und den Attentieren vorigen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Neben der Fähigkeit der Visualisation und auch der Fähigkeit des Vorstellungsvermögens und wie man dieses für die Gestaltung seines Lebens am besten verwendet, gehört auch die Fähigkeit der Intuition zum Menschen. Intuition bedeutet auf seine innere Stimme achten, die die Stimme der inneren Persönlichkeit und des sogenannten inneren Selbstes ist. Der Mensch ist ein duales Wesen, das heißt, er hat ein Äußeres und ein Inneres, wenngleich diese beiden zwar eine Einheit sind, aber doch oftmals sehr verschieden voneinander handeln und auch die Bilder sehr verschieden oft voneinander sind. Die Intuition sollte Menschen helfen, zu seinem Inneren zu gelangen und sich mehr mit seinem Inneren anzufreunden, mit ihm wieder bewusst in Einklang zu kommen, um so ein sinnerfülltes Leben zu führen. Diese innere Stimme ist sehr sachte, sie drängt sich im Allgemeinen nicht auf, sie urteilt auch nicht, sondern sie meldet sich, wenn der Mensch vor allen Dingen Fragen hineingibt oder wenn er irgendwelche Probleme mit sich herumträgt und er möchte von seinem Inneren Hilfe zu erhalten. Viele auf dem mystischen Wege haben es sich zur Gewohnheit gemacht, wenn sie irgendwelche Fragen haben, die sie äußerlich, rein intellektuell oder mental nicht beantworten können, sie mittels der Intuition zu lösen. Gerade wenn man am Abend sich in einer entspannten Haltung befindet, vor dem Schlafengehen, ist die beste Zeit, um solche Fragen nach innen hineinzugeben. Diese entspannte Haltung ist die beste Situation, in der das Äußere vor allen Dingen auf diese innere Stimme achtet und auf die inneren Antworten, die auf die Fragen, die man nach innen hineingibt, kommen mögen. Im Grunde genommen antwortet das Innere immer, wenn Menschen mit Fragen dort hineingehen. Das Problem liegt eher darin, dass das Äußere nicht immer bereit ist, diese Antworten zu empfangen oder oftmals mit seiner eigenen Wunschvorstellung verwischt. Dies ist ganz wichtig, denn die Wunschvorstellung ist mehr eine Aktion der äußeren Verhaltensweise, also des äußeren Ichs des Menschen, wie es heißt, oder vielleicht eben des sogenannten äußeren Egos. Dieses verhindert oft gerne die richtigen Antworten, die aus dem inneren Raum zum Menschen kommen und die Antworten seiner wahren Persönlichkeit sind. Dort ist das angelegt, was man im Allgemeinen als den inneren Meister bezeichnet, jene Institution, die alles im Menschen lenkt und im Grunde genommen alles weiß, was zur Persönlichkeit des Menschen gehört und vor allen Dingen auch, wie diese Persönlichkeit zu den höheren Erfahrungen aus dem kosmischen Raum gelangen kann. Befindet man sich vor dem Einschlafen in diesem entspannten Zustand, indem man seine Gedanken, die man über den Tag hatte und worüber man nachgedacht hat, entlässt, so ist dies die beste Zeit, um Fragen nach innen zu stellen. Dies ist ganz einfach. Überhaupt kein komplizierter Vorgang, wie man manchmal gerne Sorge hat. Man lässt eine Frage sich entwickeln, die einen beschäftigt und worüber man gerne eine Antwort hätte. Und diese Frage stellt man bewusst, so als ob man sie richtig auf eine Tafel schreiben würde. Man formuliert sie also ganz deutlich. Dann gibt man sie ab in den kosmischen Raum, das heißt, man gibt sie so richtig von sich weg und achtet dann auf innere Impulse, die die entsprechende Antwort parat haben. Von vielen Menschen gibt es Berichte, die von den Antworten handeln, die sie aufgrund ihrer Frage bekommen haben. Manchmal mochte man es gar nicht wahrhaben, dass diese Antworten so schnell aus dem inneren Reich zum äußeren Bewusstsein des Menschen vordringen. Und doch ist es so. Die Mystiker haben immer gesagt, wenn der Mensch eine Frage hat, dann ist die Antwort schon da. Man muss sie nur in der entsprechenden Weise aufnehmen. Dies ist meist das größere Problem des Menschen, dass er sie nicht wahrnimmt. Und so ist gerade diese Befragung vor dem Einschlafen ein wunderbares Übungsfeld, um sich hier mit seinem Inneren zu beschäftigen und diesem näher zu kommen. Vor allen Dingen Fragen, die uns sehr bewegen aufgrund dessen, was den Tag über gewesen ist, sind ganz besonders dafür geeignet. Natürlich sollte man es nicht übertreiben und sein Inneres mit Fragen bombardieren, sondern es sollten jene Fragen sein, die einen gerade beschäftigen und worauf man rein äußerlich, intellektuell keine Antworten weiß. Man sollte sich dabei auch bewusst machen, dass die Antworten, im Grunde genommen, wenn man sich die Frage stellt, schon da sind. Man sollte also nicht allzu lange auf eine Antwort warten, denn sie ist eigentlich schon da. Es liegt nur an einem selbst, sie wahrzunehmen. Man sollte keine Antwort erzwingen wollen, dies wäre ohnehin zum Scheitern verurteilt. Vielmehr sollte man zu den weiteren Fragen übergehen, so man dennoch eine hat. Oft kann es auch geschehen, dass die Antwort irgendwann zu einem Zeitpunkt kommt, wenn man gar nicht mehr daran denkt. Denn oft liegt der Grund darin, wenn keine Antwort man wahrgenommen hat, dass man zu sehr darauf erpicht war, diese Antwort zu erfahren. Wenn man dies dann aufgegeben hat, so kann es durchaus passieren, dass genau nun der Zeitpunkt gekommen ist, wo diese Antwort aus dem Inneren äußerlich nun aufgenommen werden kann. Fragen und Antworten ist eine sehr menschliche Eigenschaft. Kein anderes Wesen kann eine Frage stellen. Und kein anderes Wesen kann darauf Antworten so erhalten, damit es ganz bewusst die Zukunft danach ausrichtet. Dies ist eine typisch menschliche Eigenschaft. Unser Problem ist meistens nur, dass wir es nicht mehr gewohnt sind, mit unserem Inneren in der richtigen Art und Weise zu kommunizieren, was am besten durch eine solche Fragenbeantwortung geschieht. Es zeigt uns, dass wir ein Inneres haben, das ständig bereit ist, uns zu helfen. Ohne Unterlass. Dieses Innere selbst kennt keine Pausen und keine Ruhezeiten. Es ist immer für den Menschen da. Es ist nur der Mensch in seinem Äußeren, in dem er oft so sehr verstrickt ist, dass er diese wichtige Welt, die seine ureigene Welt ist, vergisst und so wenig darauf achtet. Hat er dies gelernt, dann ist er auf dem besten Wege, das zu werden, was die Rosenkreuzer als einen ganzheitlichen Menschen verstehen. Und somit hat er die beste Voraussetzung geschaffen, die Zukunft und sein Leben zu meistern, so wie es zu ihm gehört. Das ist ein Mensch in der Welt. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Das ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020